Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen ausgabe von youtuber sagen ihre meinung bevor wir aber anfangen und zum heutigen thema kommen möchte ich zuerst jemanden grüßen und zwar den eiskalten alex der mit seiner aktion respect for other youtuber respekt für andere youtuber wirklich was gutes ins rollen gebracht hat und wenn euch das ebenfalls interessiert was der alex und die anderen aus der community zu der auch ich gehören darf wofür ich mich ganz herzlich bedanken möchte so machen dann schaut auf den link in der video beschreibung dort verlinke ich alex youtube kanal und auch seinen let's play kanal grüße an das creepypärchen und dann könnt ihr euch dort mal umschauen und zum thema respekt für andere youtuber möchte ich auch noch was sagen ja das letzte video war vielleicht vom titel her ein bisschen irreführend weil große namen im titel standen die im video nicht oder nur kurz behandelt wurden und für manche leute auch nicht ausführlich genug dafür möchte ich mich entschuldigen möchte mich auf der anderen seite trotzdem für die vielen aufrufe bedanken ja aber wenn ihr respekt für andere youtuber zeigt dann muss ich doch sagen hört doch auf mit den mit diesen daumen nach unten ich habe schon ein paar mal gesagt wenn ihr euch ein video anschaut das euch nicht gefällt dann macht das video einfach aus oder schreibt einen kommentar was euch nicht gefallen hat und was ihr für verbesserungswürdig haltet aber hört auf diesen daumen nach unten zu drücken weil ich finde das respektlos ja weil der youtuber der die videos macht investiert da sehr viel rein nämlich freizeit geld auch teilweise und viel herzblut ja und wenn er dann sieht dass sein video dreimal aufgerufen wird innerhalb von zehn minuten freut er sich wenn er aber sieht dass das video dann bei diesen drei aufrufen drei dis likes bekommt dann könntest du deinen computermist nehmen und alles in die tonne treten so und soviel weil man fühlt sich hinterher einfach schlecht und ich finde das ist die leistung eines youtubers herabgewürdigt das soll gar nichts mit dem video zu tun haben sondern es ist einfach nur wenn ich mir das video angucke und es gefällt mir nicht dann denke ich trotzdem im hinterkopf dran mensch der kerr hat da einen haufen zeit und geld und ideen und schweiß herzblut und alles rein investiert und ich drücke einen daumen nach unten finde ich ganz toll nehme ich respektlos so so viel dazu kommen wir zum heutigen thema ja es geht um aufnahmegeräte aufnahmetools videoschnittprogramme weil dachte ich mir machen wir heute einfach mal weil eben diese fragen ziemlich häufig bei facebook auch gestellt werden in den gruppen wenn ich dann lese hier welches programm benutzt ihr oder wie mache ich samt nails oder wann wie nehme ich den sound auf oder was auch immer so natürlich kommt jetzt darauf an was ihr habt was ihr bevorzugt was ihr spielt ja ich zum beispiel habe eine xbox 360 und nehme meine konsole auf mit einem evamedia lgp lite ja das ist eine kleine tragbare capture card das heißt die kann ich überall hin mitnehmen ja ich weiß andere capture cards können das auch aber es gibt ja auch große geräte die ich nicht unbedingt überall hin mitnehmen kann beziehungsweise auch solche die als karte in meinen pc eingebaut werden ja und diese geräte könnte ich nicht mitnehmen so das ding hat einen usb anschluss für strom ja und datenübertragung an den pc dann zwei hdmi einmal in einmal out ist klar und einmal audio in und audio out ist ebenfalls klar so also man stöpselt das ding an den pc ladet sich die software auf der evamedia homepage runter link findet ihr in der video beschreibung ja natürlich findet ihr auch alle links zu allen meinen geräten und programmen in der video beschreibung ja so und ja dann nimmt man das hdmi kabel das von der konsole kommt stöpselt das in den in eingang ne nimmt das andere hdmi kabel und stöpselt es aus dem out eingang in seinen fernseher ja usb an den pc und das programm aufgerufen das programm nennt sich rex central ja das ist der gibt von evamedia nimmt auch audio auf ja und ihr habt dann hinterher beim zusammenlegen von audio und videospur den vorteil dass eure audiospur genau so lange ist wie die videospur das heißt ihr braucht nicht spielen und dann wartet jetzt zwei sekunden und dann sagt ihr hopp und drückt dann auf euren controller damit eure spielfigur springt und ihr da genau einsetzt mit der audiospur sondern nein das video geht 15 minuten die audiospur geht 15 minuten von daher einfach drüberlegen so das ding nimmt auf mit voll hd und 60 fps wenn das spiel dann das hergibt ist ja bei der xbox 360 nicht immer der fall und es funktioniert auch an der ps3 allerdings braucht ihr da wenn ihr von ps3 was aufnehmen wollt einen hdmi splitter weil die ps3 ist vom signal her nicht freigegeben wie es bei der ps4 aussieht weiß ich nicht aber das ding soll auch funktionieren bei xbox one ich habe es mir gekauft im internet bei einem anderen anbieter jetzt nicht bei evamedia direkt oder bei amazon aber ich verlinke euch trotzdem den amazon link kostet so ungefähr 100 euro ich bin sehr zufrieden damit ist nicht das flaggschiff also die elgato ja was die capture card betrifft aber ich bin sehr zufrieden damit ich hatte vorher eine andere capture card die war von corell und die fand ich eigentlich nicht so gut ja auch wenn das programm da erlaubt hat mehrere videospuren übereinander zu legen ist natürlich gut wenn man jetzt ein spiel von der xbox aufnehmen möchte und möchte seine facecam mit rein tun ja das geht dann natürlich wiederum mit dem programm von corell ganz gut das programm hat aber nicht auf full hd mit 60 fps gerendert sondern ist da laufend abgestürzt von daher muss ich sagen ich bin mit rex central eigentlich sehr zufrieden da gibt es ein paar schiebe und ein paar einstellregler ja ihr könnt dann euren euren sound ja also die sprache den kommentar lauter stellen als das spiel ist natürlich also ich habe den kommentar immer auf 100 prozent spiel auf 50 prozent und der ton für mich vom spiel kommt natürlich schon über mein headset ja und funktioniert eigentlich ganz gut und die lgp erkennt auch mein mikrofon so dann sind wir beim thema mikrofon mikrofon hatte ich vorher eine t-bone sc 440 usb ist ein gutes mikrofon ich weiß dass einige let's player auch der apoplay damit arbeiten und damit sehr zufrieden sind ich nicht weil ich muss sagen ich habe windows 8.1 pc ich upgrade jetzt ende des monats auf windows 10 ja und dieses mikrofon ist für windows 8.1 meiner meinung nach einfach nicht geeignet ja ich muss das mikrofon immer fast in den mund nehmen ja damit ihr mich überhaupt gehört habt und es hat tierisch gerauscht und die frequenz war einfach nicht das was ich mir vorgestellt habe und von daher habe ich mich von diesem mikrofon getrennt und habe mir ein samson go mike zum anklippen an meinen laptop geholt über dass ihr mich jetzt auch hört ja und das ding ist so geil das hat eine projektfrequenz von immer 96.000 hertz was mp3 qualität entspricht und ich denke das kann man an meinem sound auch hören ihr braucht keine treiber das ding läuft über usb hat zwei verschiedene einstellmöglichkeiten nämlich kugel und front also front so wie jetzt wenn ich davor sitze dann nimmt es einfach nur die front auf stelle ich um auf kugel dann nimmt es auch die umgebungsgeräusche mit auf ja ist sehr gut verpackt in so einem kleinen sieht aus wie so ein kleines case ja wie wie so ein beauty case steht aus dem samson drauf ist mit reißschluss ist sehr fest gemacht da kann eurem mikro und nichts passieren und es ist zusammengeklappt gerade mal ja wenn ich das mal so schätzen müsste so sechs auf zwei zentimeter also sechs zentimeter hoch zwei zentimeter breit größer ist das ding nicht und es hat sogar einen kopfhörer ausgang das könnt ihr dann auch als monitor benutzen die musiker unter euch werden wissen was ich meine und es hat eine led die die übersteuerung anzeigt das heißt wenn ihr jetzt zu laut redet so wie jetzt ja dann wird die led rot so jetzt hatten wir capture card und mikrofon kommen wir zu meinem aufnahmeprogramm für den pc um pc spiele aufzunehmen oder videos bei youtube aufzunehmen wenn man die nicht downloaden möchte dazu kommen wir in einem anderen video wie das funktioniert benutze ich das programm bandycam viele von euch hören momentan auf action ja das hat sich auch ein bisschen gewandelt früher war es fraps jetzt ist es action und ja dann gibt es noch die x story und lauter so kram ich muss sagen ich bin mit bandycam sehr zufrieden weil bandycam nimmt das direkt so auf wie ich das möchte also 1980 x 1000 haumisch blau p also 1080p direkt und ich kann mit bandycam auch mit 60 fps aufnehmen kann sogar mit mehr als 60 fps aufnehmen was dann aber meine festplatte nicht mehr schafft zum schreiben der daten weil die ein bisschen langsam ist und dann gibt es ruckler also man sollte da immer auch für sich die richtige einstellung finden die bandycam nimmt auch audio auf nimmt gleichzeitig zwei audiospuren auf das heißt ein einmal spiel sound einmal euren kommentar ja das gute ist es ist der vorteil wie gesagt wie bei der eva media lgp light die audiospur ist genauso lang wie die videospur und ihr müsst da nicht mehr viel schneiden ansonsten funktioniert die bandycam genauso wie fraps ihr habt oben eine fps anzeige im bildschirm die man natürlich nachher im video nicht sieht dann drückt ihr einfach auf euren hotkey für aufnahme und genau dort auch wieder drauf um die aufnahme zu beenden ich habe für die bandycam knapp 30 euro bezahlt für die lizenz dass ich das immer benutzen kann wenn ihr mal wissen wollt wie das ohne lizenz aussieht das sind die videos nämlich nur zehn minuten lang und es wird immer noch www.bandycam.com eingeblendet dann schaut doch mal auf meinem kanal in die playlist von dem spiel nightmares from the deep das verfluchte herz das war nämlich mein erstes let's play jetzt vor knapp einem jahr und da hatte ich noch keine vollversion von der bandycam und das mikro war auch noch schlecht so viel dazu so dann kommen wir zum schnitt und render programm also ich muss sagen ich habe da jetzt einiges ausprobieren am anfang natürlich mit dem windows moviemaker der auch recht gut geeignet ist dafür das problem beim moviemaker ist er kann nur mit einer video und einer audiospur arbeiten ja das heißt ihr könnt nachträglich keine facecam oder sogar zwei facecams mit einblenden und auch keine drei oder vier audiospuren wie jetzt kommentar und musik darüber liegen das ist das problem beim windows moviemaker ansonsten finde ich das programm gar nicht so schlecht momentan arbeite ich auch damit ja weil meine testlizenz für das andere gute programm dass ich euch ans herz legen möchte ich habe nämlich sonst gearbeitet mit sony moviestudio platinum 2013 das hätte ich auch gern wieder das kriege ich auch wieder kann ich euch jetzt schon versprechen weil das programm bietet alles was ihr wollt so viel ich glaube bis zu fünf videospuren übereinander bis zu zehn audiospuren übereinander gleichzeitig in einem video und da sind übergänge mit bei das sind 3d frames mit bei wenn ihr eine facecam habt mit green oder bluescreen dann könnt ihr nur euren kopf da reinblenden dieses chromata machen oder wie das da heißt das ist alles wirklich sehr gut und gefällt mir auch wirklich gut also ich kann euch sony movie 2013 wirklich nur ans herz legen andere leute arbeiten mit den programmen von photoshop hier oder sony vegas und camtasia studio 8 habe ich jetzt viel gelesen der apoplay benutzt zum beispiel camtasia studio 8 ja da kenne ich mich jetzt aber nicht damit aus und wenn ihr zu den programmen tutorials haben wollt dann schreibt mir das doch in die kommentare dann nehme ich euch zu den einzelnen programmen ein kleineres tutorial auf und zeige euch wie die im einzelnen funktionieren dieses video soll nur informationsmäßig dazu dienen was man benutzen kann was ich benutze und ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben was ihr benutzt was ihr besser findet wo ich vielleicht fehler mache da wäre ich immer sehr dankbar für so nächster punkt ist und jetzt ja samt nails vom spiel benutzt ihr wie sagt man screenshots oder benutzt ihr vorgefertigte bilder aus dem internet oder benutzt ihr grundsätzlich nur das cover also ich habe um meine samt nails zu designen drei programme momentan das ist paint.net kann man sich im internet runterladen wie immer link in der video beschreibung und gibt zwei gibt zwei ebenfalls ein gutes programm da kann man auch logos mit erstellen und logos designen nein mein logo ist mit photoshop erstellt worden ihr wisst dieser hammer mit dem mit dem blitzen und kommt aus italien ja von meinem kumpel alessandro gueri vielen dank alessandro für das design des hammers thank you alessandro for the designing of the hammer logo so also es gibt mein logo natürlich auch auf t shirt zu kaufen wenn ihr da was haben wollt wenn euch das gefällt wenn ihr unbedingt ein t shirt haben wollt auf dem vorne tors hammer gaming drauf steht dann schreibt mich an und dann sage ich euch bescheid oder versuche euch das zu organisieren so und ich habe gestern ein kleines programm gefunden link befindet sich ebenfalls in der video beschreibung da gibt es auch tutorial videos schon dazu von zwei findigen jungen programmieren das programm nennt sich thumbie ja und ihr nehmt ein ihr nehmt ein bild legt da ein layer drüber was für sich im rahmen oder oder sonst irgendwas ja und gebt einfach ein auf der seite wie viele folgen ihr davon machen wollt das ist natürlich jetzt blöd wenn man jede folge ein anderes zum teil haben möchte das ist dann halt immer dasselbe ja da gibt ja ein von 1 bis 570 ja und dann erstellt euch das programm innerhalb von sekunden 570 samt nails mit fortlaufender nummer ohne dass ihr bei jedem video ein neues samt mail machen müsst wie gesagt das programm nennt sich thumbie ist natürlich nur dafür geeignet wenn ihr bei jedem video dasselbe zum mail haben möchtet so das soll es für heute gewesen sein ich weiß ich sage viel zu oft so ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß ich konnte euch ein wenig informieren denkt an den respekt für andere youtuber ja ich grüße meine freunde von der community und hoffe ihr seid auch nächste woche wieder dabei ja dann haben wir wieder ein anderes thema zu bequatschen worum es geht weiß ich noch gar nicht so genau aber warum lasst ihr euch nicht mal ein thema einfallen dass ihr als youtuber unbedingt gern behandelt haben möchtet ja sei es jetzt hitzewelle oder benzinpreisen ist mir völlig egal wir quatschen hier über alles wenn es euch gefallen hat lasst dem video gerne daumen nach oben da ich bin der torsten von tors hammer gaming und ich bin jetzt raus und sag macht's gut leute tschüss bis dann